Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich schulde der Welt noch eine Komplettierung meiner aktuellen Trainingsroutine. Deswegen gibt es im heutigen Video meinen aktuellen Leg Day, Beintag, Beintraining. Sucht euch einen Begriff aus. Zur Erinnerung oder für die, die neu dabei sind, ich trainiere aktuell fünfmal die Woche in der folgenden Reihenfolge. Diese Reihenfolge habe ich in meinen bisherigen YouTube-Videos nicht ganz eingehalten. Ich verlinke euch aber hier mal alle Videos, die es bereits zu meiner Trainingsroutine gibt. Seit dem Ende meiner letzten Diät im Bezimmer 2023 habe ich nur noch einen reinen Beintag im Trainingsplan. Früher waren es immer zwei. Dadurch, dass ich aber nochmal die Beine an den zwei letzten Tagen meines Trainingsplans splitte in Vorderseite und Rückseite der Beine und das dann jeweils mit dem Oberkörper zusammentrainiere, läuft es bei der Trainingsfrequenz der Muskulatur auf dasselbe Ergebnis raus, als ob man zwei reine Beintage hat. Los geht's jetzt auch mit dem Beintraining, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.